Kevin? Äh, ja? Guck kurz, ich bin bereit. Warte kurz. Äh, wie heißt das auf Twitch nochmal? Äh, Romatra. Bro, du spielst im fucking Tanktop? Digga, warte mal, hast du eine Prada-Sonnenbrille? Ich hab auch eine Prada-Sonnenbrille. Sollen wir, soll ich auch mit einer Prada-Sonnenbrille zocken? Lass uns nur mit Sonnenbrille spielen. Okay, okay, ich bin fucking ready, man. Warte, ich guck kurz, ich guck kurz, wie bei dir aussieht. Hast du ein Unterhemd? Äh, boah, ich guck mal. Ich hab sehr viel dreckige Sachen, aber ein Unterhemd glaub ich nicht. Zieh einfach ein dreckiges Unterhemd an. Ich hab kein dreckiges. Bist'n du für ein Streamer, ey? Hahaha, als wär das so ein basic-Ding. Was bist'n du für ein dreckiges Unterhemd? Ich bin für diesen Kanal gesperrt. Ich hab 14 Tage Bann grad bekommen. Für meinen? Ja, weil ich grad, ich hab gerestart und geschrieben cool. Ja, einfach 14 Tage Bann kassiert, ne? Ey, ich könnt mit einem Hemd zocken, was ich offen lasse. Ein Hemd? Ja, ich hab so ein Strandhemd. Ich auch, warte, dann zieh das an. Boah, Junge, iiii, Alter. Warte. Boah, Junge, zwei Männer. Digga, warte mal, hast du's? Ey, wir haben dieselbe Farbe, Bro. Meinst du ein anderer Stoff? Wir sind der Fuckboy-Squad. Okay, warte, 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 warte. Holy shit, guck uns an. Okay, okay. Fuckboy-Squad. Boah, Junge. Team Fuckboy. Team Fuckboy. Team Fuckboy. Boah, shit. Boah, Junge. Krank. All right, Bro, wir sind fucking ready für den shit. All right, Bro, wir sind fucking ready für den shit.